Hallo zusammen und herzlich willkommen, liebe Studierende. Normalerweise sollten Sie jetzt hier sitzen, aber wie Sie wissen, beginnen wir heute mit Online-Lehre. Dabei wird sicher nicht alles perfekt sein, aber wir haben alle mit viel Eifel und großem Hochdruck daran gearbeitet, das für Sie so gut wie möglich zu machen und ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt. Was wir nicht komplett ersetzen können werden, sind die direkten Kontakte zwischen Ihnen und den Lehrenden und auch zwischen Ihnen untereinander. Und das ist normalerweise eine große Stärke dieser Hochschule, weil wir darauf großen Wert legen und darin eine unserer Stärken liegt. Das werden wir also nicht komplett ersetzen können. Und deswegen hoffen wir, dass wir im Laufe des Semesters noch zu dem üblichen Präsensbetrieb übergehen können. Ja, liebe Studierende, damit das Semester auch reibungslos ablaufen kann, ist es natürlich auch wichtig, dass wir nicht nur hochmotivierte und engagierte und kreative, innovative Lehrende haben, die vielleicht jetzt mit innovativen Lehrformaten aufwarten und Sie überraschen werden, sondern es ist genauso wichtig, dass Sie natürlich jetzt auch mitmachen. Das geht nur im Austausch, in gegenseitiger Kommunikation, dass Sie letztendlich dann auch das neue Lernen oder für Sie, für uns neue Lehren und für Sie neue Lehren annehmen und letztendlich dann auch dazu beitragen, dass dieses Semester erfolgreich ablaufen kann. Wir hätten uns das Sommersemester hier auch gern anders vorgestellt, aber wir haben uns vorbereitet, wir haben uns auf die neue Situation eingestellt und haben Informationen, die Sie benötigen, Dienste, die Sie benötigen, in neuen Medien aufbereitet, haben Sie auf unserer Homepage eingestellt. Wir sind erreichbar für Sie per Telefon, per E-Mail. Ich bitte Sie auch, diese Informationen zu nutzen, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bei uns. Wir sind gern für Sie da, im Moment, wie gesagt, eher digital oder am Telefon. Starten Sie gut ins Sommersemester und melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben.